Verzeihung, wie komme ich am besten in die Stadt? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da können Sie mit dem Bus fahren oder mit dem Zug. Oder Sie können auch ein Taxi nehmen. Wo wollen Sie denn hin? Zum Hotel Astoria. Astoria? Das kenne ich nicht. Wo soll das denn sein? In der Rheinstraße. Wo die ist, weiß ich. Der Zug nützt Ihnen da nichts. Und der Bus fährt auch nur bis zum Bahnhof. Dann fahre ich am besten mit dem Taxi. Das würde ich auch machen. Da drüben ist ein Taxistand. Zum Hotel Astoria, bitte. Ja, ist gut. Haben Sie Gepäck? Ja, diese zwei Koffer und eine Tasche. Das Hotel ist doch in der Nähe vom amerikanischen Generalkonsulat. Nicht wahr? Ja, das stimmt. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass sie Amerikaner sind. Die bringe ich immer dorthin. So, bitteschön, hier sind wir. Wie viel kostet das? Das macht 26 Euro. Brauchen Sie eine Quittung? Oh ja, bitte. 30 Euro. Der Rest ist für Sie. Vielen Dank. So, bitte sehr. Ihre Quittung. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Verzeihung. Wie komme ich am besten in die Stadt? Die Verzeihung. Die Verzeihung. Ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Es gibt Es gibt Verschieden Verschieden Die Möglichkeiten Die Möglichkeiten Da können Sie mit dem Bus fahren oder mit dem Zug. Oder Sie können auch ein Taxi nehmen. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Mit dem Zug. Mit dem Zug. Nehmen. Nehmen. Wo wollen Sie denn hin? Wo wollen Sie denn hin? Ist das gleiche wie Wohin wollen Sie denn? Astoria? Das kenne ich nicht. Wo soll denn das sein? Kennen. Kennen. Wo die ist, weiß ich. Der Zug nützt Ihnen da nichts. Und der Bus fährt auch nur bis zum Bahnhof. Das würde ich auch machen. Dort drüben ist ein Taxistand. Dort Drüben Der Taxistand Zum Hotel Astoria, bitte. Ja, ist gut. Haben Sie Gepäck? Ja, diese zwei Koffer und eine Reisetasche. Das Gepäck Das Gepäck Der Koffer Der Koffer Die Reisetasche Die Reisetasche Das Hotel ist doch in der Nähe vom amerikanischen Generalkonsulat, nicht wahr? In der Nähe Das Generalkonsulat Das Generalkonsulat Hab ich mir doch gleich gedacht, dass Sie Amerikaner sind. Die bringe ich immer dorthin. Denken Gleich Dorthin Wie viel kostet das? Das macht 26 Euro. Brauchen Sie eine Quittung? Oh ja, bitte. 30 Euro. Der Rest ist für Sie. Die Quittung Die Quittung Der Rest Der Rest Der Rest ist für Sie. Die Quittung Der Rest Der Rest